um die ich habe ich habe ein Video aufgenommen, in dem ich erzähle, warum ich kein Modell-Spray machen kann und das ist eigentlich halt voll, ich habe es hier noch was nimmt das gleich nach dem nächsten Video auf kommt jetzt auch gleich einen Tag danach, ich würde es vielleicht 2-3 Folgen aufnehmen ich bin jetzt hier zuweilen, ich finde es Punkt 10 ich habe nur Start-Shift 1-Jungel gesehen wow, also das ist so schwierig ich nehme den Start-Shift, ich glaube den nehme ich mir auch mit den Chests oh fuck, genau da hinten sind Pilze, das sind so Schwarz-Eichen und ich habe an der Welt genommen, ich weiß nicht ob das Leistungstechnik von der PC aushält ich denke mal schon, ob das die Aufnahme aushält ich habe ein bisschen mehr zu beschwunden, nicht dass ich sehe ich spiele 1-10 und dann kam es eben, Mensch, ich bin da ich habe die Axt nachgedacht, ich habe sie in der Tech-Vimage die heutzutage aber sie ist verdammt lang ja ups hab ich den richtigen Welttypentyp genommen zu generieren ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher ich wollte sie was mit Riesenberge haben auf Riesenberg die ich sehe das neue Riesen-Darmall Department hab ich nicht gewusst, das tut mir eine halbe Nerva Ja, das ist aber Quatsch, ich wäre es bereits in der Lava. Ich will mir so ein schönes Reich aufbauen, der Welt auf jeden Fall. Lass mich hier nochmal ein bisschen zu essen holen. Ich hab jetzt so übermengen Durchstarten, ganz tot, so voll verrückt durchkommt. Einfach so ein bisschen spielen, ganz gechillt. Ich weiß nicht, dass ich einen guten One-Hit-Hit-Hit. Alter, ich kann die Krise One-Hit-Hit. Schon krass, ne? Ich vermisse die Krise. Ich muss kurz kommen, damit es nicht zu langweilig wird. Ich werde wirklich... ...difficuliert nochmal auf hart. Ich werde heute sein auf hart, damit es nicht zu langweilig wird, auf Dauer. Ich denke, ich weiß es auch nicht, aber man kann ja trotzdem mal, ne? Man kann ja trotzdem mal einstellen, so. Ich sag mal. Das ist eine tolle blaue Blume, die will ich haben. Äh, ja, haben sie dazu gehört. Ich hab das als Zweigestand, weil ich... ich hab einfach Bock drauf. Ich will hier die ganze Zeit viel machen. Und dann kann ich hier irgendwo auch noch die Blume haben. Hier sind ja ganz viele von den Blumen. Die kann man für... kann man schon immer gebrauchen, um zu dekorieren. Von Haus oder wenn... Ich denk jetzt schon, dass die Kurieren... Blumen, aber... Ja, die Blumen sind ja auch nicht voll. Man muss man schon immer dabei haben, wenn man sie sieht. Ich hoffe, hier gibt es noch mehr von diesen riesen, nahmen Seen. Bis dann. Sie ist mal so. Wir werden nie Lauf verlieren. Wer die Lauf close-up verlieren, das ist schon mal was. Das ist schon mal was. So kann man kein Kult zu starten. Ein Gesetzesbeter. Weil es ist natürlich auch noch... Ja... Hu! Jo... Wir können uns... wir haben 10 Lerner gedacht. Nach dem ganz genau, dass wir nicht gedacht haben wir mehr leben. Du bist ab mit M für Betten. Für ein Bett, das war eigentlich. Die Axt ist klein. Oh Gott. Hier, mach drei Bände. Mal auf. Wir können dann drei Wolle weggehen. Da ist ja wieder so eine riesen Lama. Oh Gott. Oh Gott, der ist gut. Der, 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 der. Das Wasser, was hier runter drückt, sieht verdammt geil aus. Das sieht wirklich verdammt neu aus. Die Schnee war hoch. Kann man hier so ein bisschen Übersicht haben? Wo sind wir in der besten Linie, sowieso? Dann brauche ich Glück nicht zu weit weg. Ich verlege, ob ich auf dem Berg da hochkehende bin. Bin der dort? Ist meine? Ja, ich glaube, das sieht hier aus. Das ist ja, das machen wir auch schon. Ich nehme mal einen kleinen Apfel essen. Das soll dann immer irgendwie irgendwo ein roter Gen haben. Na gut. Auf welcher Höhe die Lavaseen sind. Ich hoffe, dass das dann nicht irgendwie so gemeint, dass es dann nicht irgendwie querkommt. Ich glaube, das ist ja schon sehr gut. Ich kann es nicht mehr so sehr tun. Dann komme ich jetzt so wirklich leicht. Die ganze Berg hochkommt, wenn ich... Oh Gott. Was soll ich denn da verkommentieren? Würden wir die ganze Zeit bis die Berg hochkommt? Ich weiß nicht, dass ich runterkommt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist doch nicht der Welttyp, den ich ausgewählt habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber... Oh Gott. Es sah ein bisschen anders aus auf dem Bild. Unser Blumen, da war auch mit. Roten Zarpenstoff, da können wir... Sexty rote Leder suchen. Boah. Ich weiß nicht. Ich war bei roten Paarstoffen damals, wenn das jetzt noch was. Aber... Ich... Ich... Ich tue mir nicht mal Steinen mitnehmen. Ich tue mir einfach Blumen mitnehmen. Ich bin wahrscheinlich der erste Letzt Player, der sich... Anfang einer... Überleben senkt. Ne? Blumen mitnehmen. Ich bin wahrscheinlich der erste, glaube ich zumindest. Ich kenne zumindest keinen, der in Blumen mitnimmt. Am Anfang des Überlebens. Weil... Das verwirrt man eigentlich mit Blumen, aber nicht. Ich... Nur seit trotzdem. Da schwebt er. Wer ist das? Das sind Inseln und alles. Ich geh da runter. Ich geh da runter. Ne, ich geh da runter. Ich bin... Gut. Wenn ich jetzt schonmal hier so viel geklappt bin, dann will ich auf den Berg hoch. Das ist natürlich irgendwann mal so ein... Ich könnte ja... Ich könnte ja... Mit Redstone... Wir sitzen zwar irgendwann im Fahrstuhre vor. Aber ich glaube das erste wird... Wahrscheinlich wahrscheinlich eine Leiter. Oder... Oder eine coole Treppe. Was ist das? Ich habe ja eine Treppe cool. Egal. Überhalte, ne? Treppe. Aber wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich glaube... Ah... Oder? Ich... Ich will mich jetzt schon hinzüchtern. Gott. Es ist riesig... Ah... Oh Gott. Es ist riesig. Ah... Nein... Die Tasche wieder. Es ist riesig. Oh... Oh... Das ist riesig. Das ist kein Erzähl, das hat mich eigentlich dabei gekannt. Ich glaube, ich bin bald oben. Ich glaube es ist, ich hoffe es ist. Aber hier sind Kühe rum, das heißt es wird das Essen nicht ausgehen. Und schau, ob sie da auch, naja, da wird das Essen nicht ausgehen. Wollen wir hier oben unser Haus bauen? Ich wollte es nicht. Das ist zumindest eine krasse Aussicht, ich muss nur sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier oben bei der Haus, ich hätte mir Holz mitnehmen sollen. Das wäre praktisch gewesen. Ich gehe darüber. Wann gehe ich darüber? Ich weiß es nicht. Es ist sehr unvorteilhaft, würde ich sagen. Es ist sehr unvorteilhaft. Ich würde mich nicht fett finden, das hätte ich vielleicht eine andere ausgehen sollen. Aber, ja. Ich möchte gehen da hinten bauen. Das sieht geil aus, finde ich. Das sind Bäume, das sind Tiere. Ja, ich baue da drauf. Ich baue dort auf dem Punkt, wo... Da will ich drauf machen. Da sind diese Schafe, da sind diese Kühlgewege. Die drei Bäume, alles was noch drauf. Wir müssen nie runter gehen. Oder vielleicht, wenn man meinen sollt. Dann müssen wir ja nichts ganz in die Erde. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge bis jetzt ist. Wenn ich zum Beispiel ein paar Fokuländer aufkomme. Das wäre natürlich leicht. Wenn die erste Aufkomme komplett verlängt ist. Das wäre ja nicht so praktisch, glaube ich. Und, ja. Ja, das ist ein Geidlerbereich. Ich glaube, da sind die Summen. Das müsste die Milliarden. Das ist die Summen. Aufbärmend. Überall, dann. Ja, ja. Oh Gott, es wird Nacht. Nein. Oh Gott, einfach. Ich weiß noch nicht. Das ist so hässlich. Aber es ist ein Zweig. Manchmal fragt man, ob es so dunkel ist. Das ist das Haus in meinem Ramm. Das ist stark. Das ist auf jeden Fall, das wird auf seinem Enten. Ich hoffe, dass es nicht zu verleckt ist. Wenn es zu verleckt ist, tut es mir leid. Und sonst ist es dunkel. Auf jeden Fall sollten wir erstmal tschüss, bis zur nächsten Aufnahme, also bis zum nächsten Video. Dieses Video wird erst morgen kommen. Von meiner Sicht aus morgen. Heute für mich gesehen würde ich auf jeden Fall erstmal das Video rausbringen, weshalb ich erkläre, warum kein Mod Let's Play kommen kann. Und morgen wird dann das hier kommen. Wenn wir euch versprechen, würde ich auch sagen, war euch gleichs Wohlkön. Wenn ich beende, ich überlege vielleicht. Wenn es aus mir beendet, die Folge. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum Like, also nicht gefallen. Abonniert meinen Channel, wenn ihr das jetzt gleich nicht verpassen wollt. Wenn ihr das Land anmessen auch verpasst, dann verpasst ja nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. A